Und nochmal los! Und ein Turvey! Wo wird sie? Hallo, wir sind... Dann haben wir das ... Hallo, wir sind ein Erster ... Ja, und ich bin ein Erster ... Ey, so gelotten ... Hey! Du musst bitte auch ein bisschen was zum Thema weintragen! Rottenswirtel, hey! Ein bisschen, bisschen was zum Thema weintragen! Rottenswirtel, es gibt nur ein Thema und das ... Rottenswirtel! Okay, und pass mal! Hallo! Wir sind ein Erster ... Und wir sind die neuen Stars am Glam Punk! Merkt euch mal den Begriff! Glam Punk ist neu, gibt es nur bei uns, aber ihr werdet es nie vergessen! Kommen wir zum Thema! Wir sind eine der Bands, die JBO auf ihrer Killertour supporten werden. Und zwar machen wir den Auftakt am 19.11. in der Rockhall in Luxemburg in Esch-Züral-Zett. Falls ihr euch fragt, warum hier alles so grau ist, dass es nicht, weil bei uns scheiß Wetter ist, sondern ... Nein! Es ist auch scheiß Wetter, aber hier drin nicht! Wir haben gerade unsere neuen Promopresse und Aufgeil-Fotos gemacht. Und zwar hat das Ganze einen Grund. Anfang September erscheint nämlich unser erstes professionelles Studio-Album mit dem wundervollen Titel und Prepare-For-Love-Shock. Auch das solltet ihr euch merken. Wir merken es uns auch. Besser ist das. Bernd! Komm zu mit Will! Das Album ist der absolute Burner. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Checkt doch einfach mal unsere Facebook-Seite aus. Einfach in Esch-For-Love-Love-Suchen findet ihr. Da findet ihr alle Infos, auch wie ihr mit uns zum Konzert kommen könnt am 19. November. Und wenn ihr dann mal dort seid, was erwartet euch? Was erwartet die Leute, wenn wir spielen? Sascha, sag mal! In Esch-For-Love-Love! Das stimmt, das stimmt! Euch erwartet die wahrscheinlich abgefreakteste und geilste Bühnenshow, die ihr jemals gesehen habt. Das ist sogar geiler als KISS. Und gut, Jamie-O ist vielleicht noch eine Kante geiler, aber noch! Bernd! Bisschen mehr Respekt vor den Jungs! Ja! Sollt ihr das in die Bett erzählen? Nein! Okay! Auf jeden Fall werden wir sowas von abspasten und wir hoffen, dass ihr alle mit uns abspastelt. Und damit ihr nochmal wisst, wer wir sind, wir sind... Anders von der Flaupt! Wir sind... Wir sind... Keine Ahnung! Wir sind... Ich hock hier nur so! Er sagt, ich weiß auch nicht! Und, Herr Bernd ist der Einzige, der die richtige Antwort gegeben hat. Wir sind... Anfang September! Prepare for Love Shock! Und wenn... Facebook... 19.11. Rockhall! Und wenn ihr... Support-Hotelion! Nach dem Opfer kommt ihr seht, was auf dem Mac passiert ist! Nein! Typ! Held auf! Sauhaufen! Ja! Pfff! Ach! Rock'nacken! Rock'nacken! Ich hab'nacken! Ich hab'nacken! Ich hab'nacken! Ich hab'nacken! Ich hab'nacken! Ich hab'nacken! Es wird so geil! Ihr fragt euch jetzt, warum... Warum hier hinten alles grau ist? Das liegt nicht daran, dass bei uns scheiß Wetter ist, sondern einfach daran, dass wir gerade unsere ersten neuen Promofotos gemacht haben. Und zwar das ganze im Grund, denn am 3. September erscheint unser erstes Album. Prepare for Love Shock! Sind wir beim zweiten Album? Kannst du das schneiden? Nö! Aber es ist trotzdem der zweite September! Es ist der zweite September! Weil Veröffentlichungen sind ja immer Freitags! Okay, Moment! Fangen wir nochmal von...